Bevor es heute losgeht, gibt es wieder einen kleinen Werbespot. Und zwar möchte ich euch heute das Partnerprogramm der Travel Charme Hotels und Ressorts vorstellen. Die Travel Charme Hotels sind eine individuelle Urlaubskette mit 4-5 Sternenhotels in den schönsten Standorten in Deutschland und Österreich. Und ich war selber schon mal in einem der Travel Charme Hotels und kann die wirklich nur wärmstens empfehlen. Was die Hotels ausmacht, sind, dass die wirklich einen einzigartigen Charakter haben, die geprägt sind zum einen von der sehr schönen Lage und zum anderen von sehr freundlichen und serviceorientierten Mitarbeitern. So gibt es zum Beispiel ein Travel Charme Hotel auf Rügen, es gibt den Bergresort in Werftenweng, es gibt ein Strandhotel in Bansin und noch einige weitere. Und das Partnerprogramm ist vor kurzem bei Avon gestartet. Es gibt 7% Provision für jede Buchung und das bei sehr hohen Warenkorbwerten. Es gibt regelmäßige Aktionen für Affiliates und Endkunden. Und vor allem, es gibt auch eine Bilddatenbank mit hochwertigen Hotelfotos, die für redaktionelle Beiträge verwendet werden können. Also eigentlich alles, was man als Affiliate benötigt. Und ja, ihr findet das Partnerprogramm bei Avon. Und ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr als Affiliate im Reisebereich aktiv seid. So und jetzt geht es los mit der nächsten Folge von Affiliate Musics. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, YouTube und Soundcloud. Ja, es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute gibt es wieder ein Hauptthema, doch da komme ich gleich dazu zu sprechen. Und ich möchte nochmal einen kleinen Rückblick werfen auf unsere letzte Ausgabe Affiliate Musics, die ich ja zusammen mit dem Ingo Kamps aufgenommen habe. Und zwar ging es da um Mythen und Unwahrheiten in der Affiliate Branche. Und ihr habt euch ja vielleicht die Sendung angehört, so wie knapp viereinhalbtausend weitere Hörer. Und ja, eigentlich hatten sich der Ingo und ich erhofft, dass es ein bisschen mehr Feedback, ein bisschen mehr Zuspruch gibt zu dem Thema, ein bisschen mehr Diskussionen vielleicht. Wir haben ja unter anderem darüber gesprochen, dass aus unserer Sicht, aus diversen Gründen, Affiliate Marketing nach wie vor in bestimmten Teilen ein Imageproblem hat, was sicherlich auch daran liegt, dass es vielleicht zu wenig charismatische Menschen gibt, die das positive Image der Affiliate Branche nach außen tragen. Und ich glaube, da ist die ganze Branche auch gefordert, da mehr für ein positives Image des Affiliate Marketings zu tun. und dazu beizutragen, dass mehr positive Themen nach außen getragen werden. Und da hatten wir uns ehrlich gesagt ein bisschen mehr Feedback dazu erhofft, vielleicht auch ein bisschen mehr Beteiligung. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Nichtsdestotrotz gab es Feedback, unter anderem auch vom Alexander Bock, der ja auch schon mal Interviewgast in meiner Sendung war, der früher bei Avato gearbeitet hat, dort in leitender Funktion im Bereich Performance Marketing mittlerweile selbstständig ist. Und er hat in den Kommentaren zum Podcast auch geschrieben zum Thema Imageproblem. Er meinte nämlich, dass halt ein Image auch nicht vom Himmel fällt, sondern letztendlich ein Konstrukt ist, was halt aktiv gestaltet werden muss. Also auch genau das, was Ingo und ich im Podcast gesagt haben, dass man halt wirklich aktiv an dem Image arbeiten muss, vor allem dem positiven Image, was die Branche ja hat. Und Alex meinte dann eben auch in seinem Kommentar, dass es im Affiliate Marketing momentan keinen entsprechenden Player gibt, der sich zentral über eine große angelegte Image-Strategie Gedanken macht und entsprechende Maßnahmen umsetzt. Also mit Player meinte er ein Verband, ein Arbeitskreis, eine regelmäßig treffende Gruppe, ein Affiliate-Superstar, wie auch immer. Und das ist so nicht richtig, also nicht ganz richtig. Es gibt ja unter anderem im Bundesverband Digitale Wirtschaft die Fokusgruppe Affiliate Marketing. Aber er, zumindest ist mein Eindruck, kommt das Thema bei ihm nicht richtig an. Die Frage ist, warum denn die Arbeit des Fachkreises Affiliate Marketing in der Öffentlichkeit nicht richtig wahrgenommen wird. Letztendlich sind es ja Persönlichkeiten, die sich dort im Arbeitskreis sehr engagieren, die dafür sorgen, dass es Standards gibt für die Affiliate-Branche. Aber anscheinend ist es so, dass diese Arbeit des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft draußen nicht wirklich ankommt, nicht wirklich in der Presse ankommt, nicht wirklich in der Außendarstellung ankommt. Und da muss vielleicht die Fokusgruppe oder auch der BVDW vielleicht noch aktiver daran arbeiten, die Themen, die dort erarbeitet werden, auch an die Öffentlichkeit zu tragen. Ein weiterer Punkt, den Alexander Bock dann als Feedback zu unserem Podcast gegeben hat, war nochmal ein weiteres positives Argument für die Affiliate-Branche. Nämlich, dass Affiliate Marketing natürlich neben den Umsätzen, die darüber generiert werden, auch ein Innovationshub und ein Ideengeber ist für neue Werbeformen. Und das habe ich, glaube ich, auch in einer der letzten Sendungen von Affiliate-Musics schon mal gesagt, dass Affiliate-Marketing ja eigentlich ein Inkubator ist für zahlreiche neue Geschäftsmodelle. Und Alex meinte eben auch, dass gerade im Affiliate-Umfeld viele neue Diamanten der Werbeindustrie entstehen, auf die man keinesfalls verzichten sollte als Unternehmen, als Online-Shop, als werbetreibendes Unternehmen. Und ja, er hat letztendlich auch die Frage gestellt, wer schon freiwillig auf hunderte Partner verzichten möchte, die sich halt wirklich ständig und tagtäglich überlegen, wie sie das Unternehmen der Advertiser und dessen Produkte noch besser bewerben können. Und das eben nur rein auf Provisionsbasis. Und das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Argument. Und um einmal die Überleitung zu machen zu unserem Hauptthema, genau darauf möchte ich heute nämlich eingehen im Hauptteil. Ich möchte euch mal ein paar neue, innovative Publisher-Modelle vorstellen, nämlich zum einen das Thema CSS, zum zweiten das Thema E-Sports und zum dritten das Thema Influencer beziehungsweise Micro-Influencer. Darum soll es heute gehen im Hauptteil. Doch bevor wir zum Hauptteil kommen und in dem Sinne nochmal vielen Dank, Alex Bock, für deinen Kommentar, möchte ich vorab nochmal auf die anstehenden Events in der Affiliate-Branche eingehen. Wenn ihr im Affiliate-Marketing aktiv seid, dann wisst ihr ja, dass Affiliate-Marketing ein Peoples-Business ist und dass es letztendlich sehr wichtig ist, regelmäßig auf den Veranstaltungen zu sein, dort zu Netzwerken, neue Kontakte zu treffen, sich weiterzubilden. Und ich habe vorhin mal in meinen Kalender geschaut und bin fast erschrocken, auf wie viele Veranstaltungen ich die nächsten Wochen und Monate aktiv bin. Und ja, möchte ich euch einfach mal die anstehenden Termine nennen und würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen von euch doch auch zu treffen. Los geht's am 18. April. Dort findet bei uns im Office in Augsburg das erste Affiliate-Meetup statt. Das heißt, ein lockeres Treffen von jedem, der aus der Affiliate-Branche ist und gerne kommen möchte. Das heißt, wenn ihr Affiliate seid, wenn ihr Agenturmitarbeiter seid, wenn ihr bei Netzwerken arbeitet, wenn ihr Advertiser seid, dann kommt gerne vorbei. Es ist ein reines Networking-Event. Es gibt auch zwei lockere Vorträge. Einen von mir zum Thema Trends im Affiliate-Marketing für Agenturen und Advertiser und einen Vortrag speziell für Affiliates von unserem SEO-Team, nämlich SEO-Trends für Affiliates. Aber der Hauptteil des Affiliate-Meetups ist wirklich das Networking. Und wenn ihr aus der Nähe aus Augsburg kommt oder München oder Nürnberg oder generell aus Bayern oder aber auch natürlich gern aus dem Norden, dann kommt gerne vorbei. Das Ganze ist kostenlos und findet am 18.04. ab 18 Uhr in Augsburg statt. Dann geht es weiter. Am 7. Mai findet in Hamburg der Affiliate Bash statt. Ein Networking-Event. Dann geht es weiter. Am 7. bis 8. Mai auch in Hamburg natürlich OM Rockstars. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Dann geht es weiter. Am 14. Mai das erste Rocketeer-Festival in Augsburg. Eine neue Konferenzreihe hier in Augsburg mit vielen namhaften Speakern wie unter anderem Frank Thelen und einigen weiteren. Auch ich darf an einem Panel teilnehmen zum Thema Influencer-Marketing. Dann geht es weiter am 10. Mai beziehungsweise am 16. Mai mit dem Influencer-Day vom BVDW in Berlin. Auch dort darf ich zusammen mit meinem Kollegen, dem Fabi Tossolini, einen Vortrag halten zum Thema Micro-Influencer, die Hidden Champions im Social Web. Ein Influencer-Day ist ein ganzer Tag mit Vorträgen von Influencern und werbetreibenden Unternehmen. Das heißt, wenn ihr im Influencer-Bereich aktiv seid oder euch darüber informieren wollt, dann kommt gerne nach Berlin. Dann geht es weiter. Vom 20. bis 24. Mai findet eine neue Webinar-Konferenz, startende Online-Konferenz, nämlich die E-Commerce Week. Dort werde ich euch auch den Link in die Shownotes posten. Eine ganze Woche mit hilfreichen Webinaren zum Thema E-Commerce und Online-Marketing. Auch dort werde ich einen Vortrag präsentieren zum Thema Affiliate-Marketing als E-Commerce-Treiber. Dann geht es weiter. Am 22. Mai veranstalten wir in Köln unser Affiliate-Breakfast, wo wir Affiliates und Advertiser miteinander vernetzen, wo man bei einem gemütlichen Frühstück sich gemeinsam austauschen kann. Dann bin ich vom 23. bis 24. Mai das erste Mal auf der Contra in Düsseldorf. Eine Konferenz auch, sage ich mal, im Bereich Performance-Marketing, allerdings eher für digitale Produkte. Jeder, der vielleicht schon mal was von der Contra gehört hat, hat vielleicht sowohl Positives als auch Negatives gehört. Ich möchte mir selber mal ein Bild von der Veranstaltung machen und bin gespannt, wie es dort so ist und werde euch dann natürlich auch meine Eindrücke in einem der nächsten Musics-Aussendungen mitteilen. Dann geht es am 5. Juni zum BVDW Data Summit nach Berlin. Das heißt, jeder, der sich über das Thema Datenschutz, E-Privacy informieren möchte, sollte dort auf jeden Fall dabei sein. Es ist eine Konferenz mit sehr vielen hochrangigen Politikern und es geht, wie der Name schon sagt, um Daten, um Datenschutz und um sehr viele Diskussionen pro und contra. Das heißt, wenn ihr euch mit dem ganzen Thema beschäftigt, dann solltet ihr diese Konferenz auf keinen Fall verpassen. Dann geht es weiter am 9. Juli mit der Tactics-Konferenz in München. Sollte auch jedem ein Begriff sein, doch darf ich auch einen Vortrag präsentieren zum Thema Game Changer im Affiliate-Marketing und abends findet dann auch wieder die große Affiliate-Network statt. Am 11. Juli findet dann unsere Digital Tomorrow statt, das ist unsere Agentur-Inhouse-Konferenz mit interessanten Vorträgen von Google und Facebook und vielen weiteren Themen. Und ja, dann komme ich schon zum Ende des Jahres, auch wenn zwischendrin natürlich noch viele weitere Veranstaltungen stattfinden, aber das sind jetzt erstmal die für die nächsten Monate. Aber dann geht es natürlich weiter am 11.11. mit der Affiliate-Konferenz in München und dort stehen jetzt auch schon die ersten Vorträge fest. Und bei der Zusammenstellung des Programms für die Affiliate-Konferenz versuchen wir ja zum einen immer wirklich aktuelle Themen aufzunehmen, wie zum Beispiel dieses Jahr die aktuelle Situation um die E-Privacy-Verordnung, aber auch eine Panel-Diskussion über alternative Tracking-Möglichkeiten durch Login-Plattformen, aber natürlich auch viele Vorträge mit konkreten Tipps zur Umsatzsteigerung. Das heißt, jeder, also das ist unsere Erwartungshaltung, dass jeder Teilnehmer wirklich auch fachliches Wissen mitnehmen sollte, um damit letztendlich auch sein Business weiterentwickeln zu können. Und ich freue mich sehr, dass wir für die Keynote dieses Jahr wirklich einen der renommiertesten Experten und Designforscher Deutschlands gewinnen konnten, nämlich Prof. Dr. Fabian Hammert und er wird eine sehr interessante Keynote präsentieren, nämlich zum Thema die Zukunft der Mensch-Technik-Interaktion und welche Rollen können multisensorische Erlebnisse im Affiliate-Marketing zukünftig spielen. Also wirklich mal nochmal ein Thema out of the box, was wir ja sehr gerne machen als Keynote bei der Affiliate-Konferenz und da dürft ihr euch sicher wirklich auf einen sehr interaktiven Vortrag freuen. Dann konnten wir mit Moritz Stolt einen Top-Affiliate gewinnen von Reisetopia. Er präsentiert einen Vortrag mit dem Titel So generiert ein Top-Affiliate sechsstellige Umsätze mit hochpreisigen Finanzprodukten und zwar wird er zeigen, wie er mit seinem Reiseportal Reisetopia für American Express sechsstellige Provisionen generiert hat und da ist sicherlich auch mal interessant auch mal aus erster Hand von einem Top-Affiliate zu erfahren, wie denn der wirklich so arbeitet hat und welche Potenziale da liegen. Dann wird Hakan Oesal ganz traditionell wie die letzten Jahre auch einen Vortrag präsentieren zum Thema Affiliate-Marketing was sind die Trends 2020. Der BVDW-Justiziar Michael Neuber wird einen aktuellen Vortrag präsentieren zum Thema wie steht es um die E-Privacy-Verordnung und was bedeutet sie für das Affiliate-Marketing und darauf aufbauen gibt es auch erstmals eine Panel-Diskussion vom Bundesverband Digitale Wirtschaft zum Thema Plattform-Ökonomie Login-Systeme als Alternative zum Cookie-Tracking das heißt hier diskutieren verschiedene Vertreter von Plattform-Unternehmen welche Alternativen es denn zum bisherigen Tracking über Cookies gibt über Login-Systeme auch das sicherlich ein sehr zukunftsweisendes Thema dazu gibt es noch viele weitere Vorträge unter anderem vom Alexander Holstein zum Thema passive und aktive Publisher Akquise Tipps Fallstricke und Stolperfallen aber das waren jetzt nun mal ein paar Themen der Affiliate Conference da werden noch einige dazukommen das Programm wird im Mai veröffentlicht aber ihr könnt euch ab sofort schon Ticket sichern unter affiliate-conference.de und dann als letzten Termintipp findet am 9. Dezember im Municon in München die erste Influencer-Konferenz statt für alle interessant die sich über das Thema Influencer-Marketing informieren wollen mit Vorträgen von Influencern von Unternehmen die Influencer-Marketing bereits gemacht haben aber auch Agenturen die hier hilfreiche Tipps zur Umsetzung von Influencer-Marketing Kampagnen geben das soll es aber soweit jetzt gewesen sein mit den Terminen und wie gesagt wenn ihr auf einen der Termine seid dann sprecht mich doch sehr gerne mal an ich freue mich immer wenn mich höre von Affiliate-Musics ansprechen persönlich und das sind ja doch einige wie man an den Zahlen immer wieder sieht und dann weiß ich wenigstens für wen ich das Ganze auch mache so und dann kommen wir zum heutigen Hauptthema ich habe es ja anfangs in der Einleitung schon mal gesagt das Affiliate-Marketing so als Inkubator für neue Technologien und Geschäftsmodelle anzusehen ist man muss bedenken dass Affiliate-Marketing eigentlich einer der ältesten Disziplinen im Online-Marketing ist also Amazon war glaube ich so E-Commerce seitig 1997 einer der ersten Anbieter die Affiliate-Marketing ja salonfähig gemacht haben und der Vorteil von Affiliate-Marketing ist dass man wirklich neue Technologien meistens über den bestehenden Master-Tag des Affiliate-Netzwerkes oder über Google Tag-Manager relativ schnell in den Online-Shop integrieren kann und damit einfach auch mal neue Publisher-Modelle testen kann und viele Kanäle entstanden ja ursprünglich auch aus dem Affiliate-Marketing wenn wir uns zum Beispiel mal Check24 anschauen als mittlerweile einer der wenn nicht sogar der größte Vergleichsportal Deutschlands die auch ursprünglich als Affiliate-Partner gestartet sind oder Idealo die auch ursprünglich als reine Affiliate-Preissuchmaschine gestartet sind oder auch MyDeals eines der erfolgreichsten Deal-Plattformen Europas die auch immer noch als Affiliate aktiv sind oder auch der ganze Bereich Retargeting ich sage mal es gibt Criteo als großen Anbieter aber auch der Bereich wurde sehr stark auch aus der Affiliate-Industrie getrieben es gibt riesige Cashback-Portale wie Schub zum Beispiel die mittlerweile über 950.000 Mitglieder haben die aus über 2000 Partner-Shops auswählen können und die auch ein großer Affiliate-Partner sind das heißt Affiliate-Marketing hat sich immer wieder neu erfunden und war immer wieder Plattform für neue Geschäftsideen auch in den letzten Jahren sind viele neue Technologien und Geschäftsmodelle hinzugekommen wenn ich mal erinnere an den Bereich On-Site-Marketing wo mit Exit-Intent-Overlays versucht wird Kaufabbrecher zurückzugewinnen oder über E-Mail-Remarketing um Kunden beim Kaufabbruch zum Beispiel im Warenkorb daran zu erinnern das Produkt doch einzukaufen über Partner wie zum Beispiel WeCompliance aber eben auch ganz neue Themen die jetzt in den letzten Monaten entstanden sind und da möchte ich heute auf drei Themen eingehen wo ich glaube dass die auch zukünftig noch stärker werden und auch das Potenzial haben ja neues Umsatzpotenzial für die Affiliate Branche aufzugreifen und damit ja die Branche weiter wachsen zu lassen als erstes Publisher-Modell möchte ich auf das Thema CSS eingehen also CSS bedeutet Comparison Shopping Services und in der Vergangenheit war es ja so dass man Produkte nur bei Google Shopping direkt ja einbuchen könnte für seinen Online-Shop und das war kartellrechtlich nicht wirklich ganz sauber so dass es ja eine Entscheidung gab des Kartellamts in der Europäischen Kommission und Google eine Strafe bekommen hat in Höhe von 2,4 Milliarden Euro das war im September 2017 und daraufhin ja hat Google entschieden sich eben auch ja weiteren Preisvergleichsportalen zu öffnen und somit ist es jetzt eben seit kurzem möglich dass man eben auch ja mit Publishern Affiliates eben in den Google Shopping Ergebnissen Werbeanzeigen letztendlich einbuchen kann das bedeutet dass man eben Affiliates damit beauftragen kann sozusagen auch Werbeanzeigen für das eigene Partnerprogramm neben den eigenen Kampagnen auf Google Shopping zu platzieren Also um es einfach zu sagen CSS sind letztendlich Preisvergleicher die Produkte des Advertisers bewerben und dann dort auf den jeweiligen Online Shop verlinken Was ist jetzt der Unterschied zwischen Anzeigen auf Google Shopping und Anzeigen auf einem Preisvergleichsportal ja letztendlich gibt es da keinen großen Unterschied der einzige sichtbare Unterschied ist die Anzeige unterhalb beziehungsweise die Angabe unterhalb der Anzeige das halt doch nicht mehr steht Anzeige wurde von Google geschalten sondern Anzeige wurde von einem bestimmten Preisvergleichsportal geschalten Die Frage die in dem Zusammenhang häufig kommt ist ob man dann als Advertiser ja mehr für Shopping Anzeigen bezahlt wenn man denn auch als über ein Preisvergleichsportal mit seinem Namen für das Produkt wirbt letztendlich nein weil der Händler wird in der Auktion niemals für ein Angebot gegen sich selbst ausgespielt und die Regel gilt unabhängig von der Anzahl oder der Identität von dem Händler sondern letztendlich hat er eigentlich nur Vorteile weil er kann eben die CS Ads Partner werden rein auf Performance Basis in der Regel bezahlt aber es gibt es gibt ein Hybrid Modell CPC und CPO das ist auch möglich aber letztendlich hat man halt die Möglichkeit noch öfters bei Google Shopping gelistet zu werden beziehungsweise man kann das Thema auch komplett an seine Affiliates auslagern was halt früher so nicht möglich ist weil man dann eben nur selber als Advertiser dort einbuchen konnte Was muss man jetzt machen um mit solchen CSS Partnern zusammen zu arbeiten ja letztendlich gibt es eben einige Affiliate Partner die sich auf den Bereich CSS spezialisiert haben sind in der Regel Preissuchmaschinen und nachdem ich mich eben als Advertiser dazu entschieden habe mit welchem Affiliate ich zusammen arbeiten möchte ist es so dass dieser Affiliate dann eben in seinem Merchant Center bei Google Ads eine Kampagne startet und man diesem Affiliate letztendlich einen Produktdaten Feed zur Verfügung stellen muss wichtig bei diesem Feed ist dass dieser eben den Vorgaben von Google entspricht das heißt man muss diesen dann gegebenenfalls noch anpassen also zum Beispiel müssen halt die Produktbilder eine gewisse Größe haben um auch wirklich optimal angezeigt werden zu können und natürlich kann ich natürlich als Händler auch mit mehreren CSS Publishern parallel zusammenarbeiten was den Vorteil hat dass eben desto mehr Partner ich habe desto höher ist letztendlich auch die Sichtbarkeit in den Shopping Anzeigen ein weiterer Vorteil ist dass ich eben als Advertiser auch die Möglichkeit habe ja den Partner in der Höhe seines Gebotes zu beschränken und zum Beispiel einen maximalen CPC zu definieren damit ich mich eben nicht gegenseitig selbst hochbieten muss und es gibt auch noch weitere Möglichkeiten ich kann zum Beispiel auch Teile des Sortiments von der Bewerbung ausschließen ich kann einschränken welche Keywords eingebucht werden dürfen um damit vielleicht auch eine Kannibalisierung der Shopping Anzeigen auszuschließen also da gibt es viele Möglichkeiten die ich mit dem Affiliate individuell vereinbaren kann am besten sprecht ihr einfach mal mit den jeweiligen CSS Partnern wie ihr euch die Zusammenarbeit am besten vorstellt die Vorteile liegen meines Erachtens klar auf der Hand zum einen habt ihr den Vorteil dass der Partner auf CPO Basis vergütet wird außer es gibt ein Hybrid Modell dann wird es auch eine Klick Provision aber in der Regel ist es wirklich eine reine CPO Provision der zweite Vorteil ist dass ihr eigentlich als Partner auswählen ein paar Rahmenbedingungen mit ihm definieren und ihm dann das okay geben und alles andere macht dann letztendlich der Partner der in der Regel auch jahrelange Erfahrung hat als Preisvergleicher und deswegen auch das entsprechende Know-how um ganz genau zu wissen wie ihr eure Produkte bewerben muss wenn euch das Thema intensiver interessiert dann werde ich euch einen Blog Beitrag zu dem Thema im Blog reinkopieren nämlich meine Kollegin die Maja Roth hat hier einen sehr ausführlichen Beitrag dazu geschrieben was die Vorteile sind von CSS Partnern worauf man achten sollte und wie man mit den entsprechenden Partnern wirklich auch den Umsatz steigern kann das zweite Thema beziehungsweise das zweite Publisher Modell der Zukunft meines Erachtens ist der ganze Bereich E-Sports ich Thema E-Sports viele noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben weil es auch eine sehr junge Zielgruppe anspricht letztendlich geht es darum dass es Gamer gibt auch professioneller Gamer die letztendlich bestimmte Spiele spielen und es eine riesige Masse an Menschen gibt vor allem junge Menschen die sich dann diese Spiele anschauen das heißt es gibt Leute die schauen sich an wie Gamer gegeneinander Spiele spielen und dazu gibt es einen riesen Markt man mag es vielleicht nicht glauben wenn man mit dem Thema vielleicht nicht aufgewachsen ist oder wenn man mit dem Thema keine Berührungspunkte hat und deswegen merkt man halt auch in Gesprächen dass das Thema E-Sports von vielen Marketern eigentlich noch gar nicht so richtig wahrgenommen werden aber es hat einfach einen weltweiten Boom momentan und ja deswegen muss man einfach mal sich in das Thema einarbeiten und mal darüber informieren wenn man sich mal die Zahlen anschaut der weltweite Umsatz im Bereich E-Sports der lag 2017 bei 655 Millionen US-Dollar und wird wahrscheinlich bis 2021 auf 1,65 Milliarden US-Dollar wachsen auch was den Werbeausgaben anbelangt also man kann dort auch Werbung schalten bei E-Sports da komme ich gleich noch dazu aber der Vorkast für die Werbeausgaben in 2017 bereits waren 173,8 Millionen US-Dollar an Werbung die über E-Sports geschalten wurden die Reichweite 2017 war bei 335 Millionen Usern die sich das Thema angeschaut haben und wenn ihr euch ein bisschen mit dem Thema beschäftigen wollt dann schaut mal auf twitch.tv twitch.tv ist einer der weltweit größten Livestreaming Webseiten und Social Communities für diese Gamer und gehört mittlerweile auch zu den 32 populärsten Webseiten in Deutschland zumindest laut Wikipedia und sogar zu den 42 populärsten Webseiten weltweit und 2014 wurde twitch.tv von Amazon zu 100% übernommen für eine Milliarde Dollar und die Website hat eine gigantische Reichweite mit über 970 Millionen monatlichen Views mit einer Million monatliche aktive User 15 Millionen täglicher aktiver User und 3 Millionen aktive Streamer und was man eben auf diesem Portal machen kann ist dass man wirklich live sich Spiele anschauen kann und der bekannteste Streamer ist derzeit der YouTuber Ninja der erreichte zum Beispiel bei einem Livestream im Frühjahr eine Anzahl von 667.000 gleichzeitigen Zuschauern die eben zugeschaut haben wie er ein Online-Game gespielt hat Mercedes-Benz wird ab 2020 erstmals seit über 40 Jahren nicht mehr Sponsor der Nationalmannschaft sein sondern investiert in die Bereiche E-Sports und auch Formel E es gibt auch einen deutschen Provider im Bereich E-Sports nämlich TakeTV das ist einer der größten deutschsprachigen Provider zum Thema IPTV im E-Sports Bereich könnt ihr euch mal anschauen oder taketv.net und die haben zum Beispiel das FIFA E-World Cup Finale ausgetragen 2018 bei dem 20.000 Gamer mitgespielt haben und 29 Millionen Besucher weltweit haben sich das dann angeschaut und der Gewinner von dem Spiel erhielt übrigens 250.000 US-Dollar also ihr merkt schon an den Zahlen da ist ein riesiger Markt vorhanden und den kann man sich aktuell auch auf Affiliate Basis erschließen es gibt nämlich viele Möglichkeiten auf diesen E-Sports Portal über Werbung gelistet zu werden es gibt zum Beispiel die Möglichkeit Werbeplatzierungen im IPTV zu buchen es gibt die Möglichkeit Werbung im Chat zu buchen das heißt es gibt bei diesen Games auch Chats wo sich dann die User gegenseitig unterhalten und austauschen und doch kann man eben auch Werbung buchen man kann einzelne Events auch als White Label Event buchen also eBay hat es zum Beispiel gemacht oder macht es sehr aktiv dass sie einzelne Games eben sponsern und der Vorteil ist eben dass man eben diese Werbung momentan auch noch auf Affiliate Basis einbuchen kann und da besteht wie es oftmals ist wenn ein neuer Publisher Kanal am entstehen ist und nach Werbepartnern sucht halt auf Performance Basis momentan noch sehr viel Potenzial was ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet und als drittes Thema möchte ich auf das Thema Influencer Marketing eingehen ich denke Influencer Marketing per se ist es auch kein neues Thema wird es doch schon seit ein zwei Jahren sehr intensiv genutzt und darüber berichtet man merkt auch dass die Nachfrage und das Interesse auch an Influencern riesig ist und auch immer mehr steigt auch wir nutzen als Agentur sehr stark Influencer um darüber Werbung für unsere Kunden zu schalten und es gibt zum Beispiel eine Studie von Gold Media die sich intensiv mit der Entwicklung des Influencer Marketing beschäftigt haben und erstmals auch Marktumsätze für den Dachraum ermittelt haben und 2017 erzielten zum Beispiel rund 30.000 deutschsprachige Influencer bereits Nettoerlöse in Höhe von 560 Millionen Euro und die Ergebnisse der Studie zeigen dass sich eben der Markt für Influencer Marketing jährlich um 20% steigert was Wachstum Raten sind die es momentan in fast keinem anderen Online Marketing Kanal gibt und bis 2020 wird mit Umsätzen von 990 Millionen Euro gerechnet also eigentlich dann fast dann schon ein Milliarden Markt Am meisten wird natürlich über die Influencer die Sponsored Posts gebucht das heißt dass Influencer zum Beispiel über ihre Stories oder über Beiträge direkt auf Produkte hinweisen und die bewerben natürlich ist da der Hinweis für die Werbekennzeichnung immer ganz wichtig und auch wichtig aber es gibt natürlich auch neben den Sponsored Posts auch die Möglichkeit auch im Rahmen einer Affiliate Kampagne mit Influencern zusammenzuarbeiten zum Beispiel mit YouTubern oder mit Bloggern die dann zum Beispiel auf ein Produkt hinweisen Testimonials durchführen und dann das Produkt zum Beispiel über die Kommentare bewerben und dort einen Link hinzufügen Am relevantesten sind momentan sicherlich Sponsored Posts in Form von Fotos Videos oder Stories und dort vor allem bei Instagram YouTube und Facebook weil nämlich mehr als drei Viertel der Einnahmen eben über diese drei Kanäle generiert werden wenn dessen zum Beispiel Twitter und Snapchat gerade im deutschsprachigen Raum aktuell zusammenladiert noch unter 10% Nutzung kommen da ist sicherlich noch Wachstumspotenzial Ich möchte jetzt gar nicht über neue Social Media Plattformen wie TikTok zum Beispiel eingehen das wäre nochmal ein eigener Podcast aber ich möchte bei dem Thema Influencer Marketing bleiben und dort nochmal genauer auf das Potenzial für Affiliate Marketing eingehen Es gibt auch eine Umfrage vom Bundesverband Digitale Wirtschaft 61% der werbetreibenden Unternehmen wollen 2019 ihr Budget für Influencer Marketing erhöhen also sehen dort ein Riesenpotenzial für sich und ja vor allem Nischen und Micro Influencer das heißt die Influencer mit weniger als 100.000 Followern die auch als sehr authentisch wahrgenommen werden auch eine sehr bodenständige Follower Schaft haben und auch entsprechende Engagement Quoten haben die stehen bei den Unternehmen sehr hoch im Kurs momentan und laut dieser Studie des Bundesverband Digitale Wirtschaft planen aktuell 28% der Unternehmen unter 10.000 Euro pro Jahr für Influencer Marketing zu investieren 26% planen zwischen 10.000 und 50.000 Euro und 19% wollen sogar 50.000 bis 100.000 Euro investieren und 6% sogar mehr als 100.000 Euro an Werbeausgaben und das Interessante ist, dass eben 63% der Befragten eben nicht mit den großen Social Media Stars zusammenarbeiten wollen, wie jetzt Pamela Rive, Bibi Heineke, Deggie B, Julian Bam oder Lisa und Lena, die zu den großen Stars gehören und die natürlich Millionen von Followern haben, also Bibi hat zum Beispiel 6,4 Millionen Follower bei Instagram, Julian Bam hat 3,8 Millionen, Lisa und Lena sogar 14 Millionen, aber an die kommt man natürlich über Affiliate Marketing nicht ran, weil die natürlich ihre eigenen Vermarkter haben, ihre eigene Vermarktungsstrategien und ja, das sind natürlich andere Welten und natürlich auch ganz andere Kosten. Interessant für uns sind natürlich die genannten Micro Influencer und da besteht auf jeden Fall ja sehr großes Potenzial mit denen zusammen zu arbeiten, weil die auch noch entsprechend bodenständig sind und auch Werbemöglichkeiten suchen, mit dem sie Geld verdienen können. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht von Influencern, die ja auch entsprechend bekannt sind als Micro Influencer. So gibt es zum Beispiel Nerd7, das ist ein Micro YouTuber, der 61.000 Abonnenten bei YouTube hat mit 900.000 monatlichen Aufrufen. Zusätzlich hat er noch einen Blog mit 66.000 Besuchern und er testet und bewertet zum Beispiel Produkte aus dem Bereich Technik und Gaming. Das heißt, man kann mit diesem Micro Influencer halt zum Beispiel im Technikbereich ja zusammenarbeiten und Produkte testen lassen, die man halt entsprechend und dann über auf CPO Basis die Produkte auch bewerben lassen. Dann gibt es noch den Influencer Philipp Dorsett, der zum Beispiel einen YouTube Kanal hat mit 82.000 Abonnenten und 62.000 Abonnenten bei Instagram und was er macht, sind zum Beispiel Review-Videos für Produkte aus dem Bereich Smartphone und Notebooks und Tablets, die er testet und diese Produkte dann bei Instagram veröffentlicht mit einem Verweis auf sein YouTube Video und dort es dann wiederum zum Beispiel einen Affiliate-Link hinterlegt. Also das sind nur mal zwei Beispiele. Es gibt zahlreiche Influencer. Man rechnet damit, dass es laut InfluencerDB 1,4 Millionen Instagram Accounts gibt mit mehr als 15.000 Followern, also wirklich eine gigantische Reichweite und dementsprechend welche Zielgruppe man erreichen möchte, sollte man sich natürlich auch die geeigneten Influencer genau heraussuchen und mit ihnen ja letztendlich ins Gespräch kommen, wie denn eine gemeinsame Zusammenarbeit ausschauen könnte. Wenn euch das Thema Influencer Marketing interessiert, meldet euch gerne über die Kommentare oder bei mir, dann machen wir gerne auch nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Influencer Marketing. Aber ihr merkt schon bei diesen drei Themen Comparison Shopping Sites E-Sports und Influencer Marketing beziehungsweise Micro-Influencer das sind Themen, die gab es so vor ein bis zwei Jahren im Affiliate Marketing nicht. Jetzt kommen sie auf und es besteht meines Artes großes Potenzial dort weiteres Umsatz Volumen zu nutzen und ja da wird sich sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr viel entwickeln und gerne können wir in einen der folgenden Sendungen auch nochmal genauer auf einzelne dieser Themen eingehen und dann haben wir auch noch eine Verlosung heute nämlich es gibt ein Ticket für die Tactics im Juli und was ihr machen müsst um dieses Ticket zu gewinnen ihr kommentiert im Blog auf Termfrequenz welche Themen euch denn in einen der zukünftigen Affiliate Music Sendungen interessieren würden weil das Feedback von euch ist mir sehr wichtig um wirklich auch entsprechend auf Themen eingehen zu können und unter allen Kommentaren die eben hier kommentieren welche Themen euch einmal interessieren würden verlose ich da ein Ticket für die Tactics Konferenz im Juli das war es soweit für heute ich hoffe euch hat es gefallen ich freue mich auf euer Feedback wir sind jetzt auch knapp bei 45 Minuten eigentlich auch so das maximale wie eine Sendung sein sollte und in dem Sinne wünsche ich